Gestern gab es ziemlich schlechte Nachrichten rund um Throne of Liberty, aber am Ende des Tages sind es eigentlich auch gute Nachrichten. Was genau, das besprechen wir auf jeden Fall in diesem Video, wird auch nicht allzu lang gehen. Wenn du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden bleiben möchtest rund um Throne of Liberty, auf jeden Fall den Kanal abonnieren und like auch gerne dieses Video, wenn es dir am Ende gefallen hat. Also was sind die schlechten News? Das Game wurde verschoben. Warum es verschoben wurde, steht praktisch hier in diesem Satz. Also basierend auf Spielerfeedback, Tests und Rückmeldungen zu neuen Funktionen, werden wir einige wichtige Änderungen am Spiel vornehmen. Und genau um diese Änderungen halt am Spiel vornehmen zu können, basierend natürlich auch auf den Updates, die zuletzt jetzt in Korea kamen, muss das Game halt später released werden. Es ist aber gar nicht so viel später, denn schauen wir ein bisschen weiter nach unten. Am 1. Oktober ist es schon soweit. Es sind an sich nur drei Wochen vom ursprünglichen Release. Also ich bin auch ehrlich, ich frage mich, was sie in den drei Wochen großartig am Game verändern wollen. Ich denke, es ist mehr vielleicht einfach nur ein Testing oder auf Nummer sicher gehen, weil eigentlich passiert in so einer Zeit glaube ich gar nicht so viel. Der Early Access beginnt dann halt am 26. September und halt nicht mehr am 12. Also eigentlich sind es sogar nur zwei Wochen Verschiebungen. Was passiert in den zwei Wochen? Eigentlich glaube ich wirklich nicht sehr viel, aber sei es drum, vielleicht bleibt es dabei, dann fängt es halt zwei Wochen später an. Ist glaube ich nicht so schlimm. Was kommt alles noch so dazu? Wir scrollen mal ein bisschen runter. Die haben ein bisschen was aufgeführt, was sie anpassen wollen, basierend halt auf Feedback aus der Beta. Und da haben wir hier zum Beispiel auch den Punkt Kampf, dass sich dort etwas ändern soll. Schauen wir nur auf die Punkte hier. Die Kamerasteuerung wurde verbessert oder wird dann halt in der Vollversion, in der globalen Version dann halt verbessert, um die Glättung zu entfernen. Ist halt eine optionale Einstellung. Und das Bewegungstempo der Kamera zu erhöhen. Ich weiß, dass einige Leute sich über die Kamera beschwert haben. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall helfen wird. Anpassung des Zeitplans für den Fähigkeitenerwerb, um den Spielern früher Zugang zu verschiedenen Fertigkeiten und Builds zu geben. Finde ich sehr spannend, denn ich habe auf der Korea-Version gesehen, dass es einige Fertigkeiten gibt oder halt die stärksten Fertigkeiten, dass die erst auf Level 50 freigeschaltet werden. In der Beta war es Level 40. Also bin ich jetzt gespannt, wo die sich irgendwie treffen werden. Ob die alles noch früher machen, dass, sag ich mal, auf Level 30 schon alle Fertigkeiten freigeschaltet sind. Ich persönlich fand es nicht so schlimm jetzt mit 40 und 50, aber gucken wir mal, wie es dann halt in der globalen Launch aussehen wird. Und dann noch die Verbesserung der Intuitivität des Anvisierens per Tab. Bin ich gespannt, was man da verbessern will, weil wenn man tabt, dann wechselt der halt einfach des Targets. Ob das die Reihenfolge ist, ob man mehr Einstellungen in der Option hat, schauen wir mal. Also, dann gibt es noch Änderungen zum Stufenaufstieg und Fortschritt allgemein. Wir haben von Teilnehmern der offenen Beta gehört, dass sie sich von der Anzahl an Systemen, denen sie in den frühen Phasen ihrer Reise beim Stufenaufstieg und Fortschritt begegnen, überwältigt fühlten. Ja, das Game kann man Anfang schon ein bisschen überwältigend sein. Wie passen die Fortschrittsreise an, um die Einführung von Systemen besser zu verteilen? So können sich die Spieler auf ihre ersten Quests, das Kennenlernen ihres Charakters und Kämpfe konzentrieren, bevor sie sich in zu viele zusätzliche Systeme stürzen. Mal schauen, welche Systeme dann davon betroffen sind. Auch bei den Gilden gibt es ein paar Änderungen. Das Wichtigste hier, wir erweitern die Markierungsmöglichkeiten für Gilden, damit Spieler leichter jene Gilde finden können, die zu ihrem Spielstil passen. Wahrscheinlich kann man Gilden dann irgendwie taggen, dass man sagen kann, wir wollen PvE, Dungeons, irgendwie sowas oder halt nur PvP, was auch immer. Also, wahrscheinlich wird man irgendwie über so ein Tag-System wirklich die Gilde dann nochmal klassifizieren können, damit, wenn man eine Gilde sucht, man sie schneller findet. Wir werden ansonsten von der Community auch eine Gilde gründen. Wenn du da Interesse dran hast, schau auf jeden Fall bei uns auf dem Discord vorbei, wo es dann Richtung Release des Games hin auf jeden Fall dann ja sehr viele auch Abstimmungen mit euch gibt. Also, ich werde euch natürlich auch mitteilen, auf welchem Server wir landen, was für eine Art Gilde wollen wir eigentlich machen. Brauchen wir eine oder zwei, wie auch immer. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, auf jeden Fall in den Discord-Server beitreten. Dann neue Features. Wir freuen uns ankündigen zu dürfen, dass wir einige wichtige Änderungen an der bestehenden koreanischen Version von Throne of Liberty vornehmen werden. Zwar ist die unten stehende Liste aus drei Systemen nicht vollständig, aber wir wissen, dass dies einige der Änderungen sind, auf die engagierte Fans bereits sehnsüchtig warten. Neben diesen neuen Systemen wird es noch weitere Komfortverbesserungen und andere Änderungen entgeben. Also, wir haben die Fähigkeiten Spezialisierung, dazu habe ich auch schon ein gesondertes Video gemacht. Schaut euch das gerne an, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Da seht ihr eigentlich alles Wissenswerte, wie das Ganze überhaupt aussieht, wie das funktioniert und so weiter. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen. Aber hier ist die Bestätigung. Wir werden das zur globalen Version direkt mitkriegen. Einige Leute haben vermutet, das kriegen wir erst ein halbes Jahr später und so weiter. Aber nein, wir kriegen das direkt zum Launch der globalen Version und das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Dann bekommen wir die Live-Skills dazu. Also, Kochen wird mit drin sein, Angeln wird mit drin sein. Das sind ja die Dinge, die jetzt zuletzt in Korea geupdatet wurden. Ich glaube, Mitte Juli war das. Wir werden sie alle zum globalen Launch schon haben. Das heißt, wir werden sehr, sehr früh auf einem guten Stand mit dem Game sein und sehr, sehr früh auf einem ähnlichen Stand wie die koreanische Version. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass man sich irgendwann wirklich im Gleichschritt weiterentwickelt und man nicht immer diese Diskrepanzen hat, dass wir immer Korea hinterherlaufen, die immer Raids, Content vor uns haben. Und man eigentlich immer schon weiß, wie alles aussieht. Ich mag das eigentlich, wenn man dann fresh in Content reingehen kann und halt alles praktisch unberührt ist und man selber alles erkunden kann. Die Amitore-Expeditionen werden auch drin sein. Auch dazu habe ich ebenfalls schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen zu all diesen ganzen Neuerungen, die halt in Korea gekommen sind. Und zu guter Letzt auch nochmal, wie es weitergeht. Auch sehr spannend. In Zukunft wird es noch mehr Änderungen und Aktualisierungen in Throne geben. Kurz vor der Veröffentlichung werden wir in einem weiteren Team-Update die ersten zwei Monate unserer Roadmap besprechen. Sie werden uns auch genau sagen, was haben sie vor, wenn das Game launcht, wie geht es dann weiter. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, zwei Wochen nach Launch, dass dann die ersten Castle-Sieges zum Beispiel freigeschaltet werden. Irgendwie sowas. Und euch verraten, wann ihr mit der Veröffentlichung bestimmter Inhalte rechnen könnt. Unser Team möchte sich im Vorfeld der Veröffentlichung nochmal bedanken, bla bla bla, man kennt's. Also grundsätzlich natürlich traurig, dass das Game jetzt nicht Anfang September, sondern praktisch Ende September rauskommt. Aber auf der anderen Seite auch gut, wenn sie die Zeit nutzen, um Fehler auszumerzen, Systeme zu verbessern und neue Features, die in Korea draußen sind, auch zu liefern. Ich nehme das sehr, sehr gerne an. Natürlich habe ich mich auch gefreut auf den Release, aber so bekommen wir halt die neuen Systeme. Also ich hoffe, dass wir eher davon profitieren werden und ich glaube eigentlich auch fest daran. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, nicht vergessen, Kanal abonnieren, wenn du mehr Bock auf Throne Content hast. Und dann sehen wir uns hier einfach im nächsten Video und dann verabschiede ich mich auch mit der alles entscheidenden Frage.